Und damit willkommen zu einer neuen Runde Unreal Tournament mit dem KOTiLP! Hallo und natürlich mit dem Trueplay! Und wir spielen heute Deathmatch! Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht! Wir haben auch einen Gast dabei, den Reperion! Der ist aber nur so als... Gegner? Ja, als Gegner dabei, genau. Ey cool, das ist die Karte, die ich bei meinem allerersten Let's Play hatte. Was? Das ist natürlich vorteilhaft. Nein! What? Scheiße, jetzt hat er gerade die Radiation angemacht. Fuck. Voll in die Radioaktivität gehüpft, ey. Pisser. Tschüss, Mati. Da haben wir auch mal ganz kurz den Trueplay gesehen. Ja, der sich jetzt hier ein Item holen wollte, aber das kriegt er nicht. Oh, verdammt. Nocti, von hinten. So, wir sind wieder bei Unreal Tournament. Die langsamen alten Rentner. Hm. Wir werden echt zu alt für so'n Scheiß. Wo bin ich dran? Oh cool, ich hab hier die Bio-Kanone. Und jetzt gleich die Flag-Canon. Aber die Bio-Kanone ist cool, damit hab ich schon mal den Korti erwischt. Au. Nein. Hast du nie getan. Ich weiß nicht, wovon du redest. So, wo ist der Reperion? Wo ist überhaupt, äh. Verdammt, die haben mich schon wieder erwischt. Aber ich hab hier die Flag-Kanon und damit werde ich wieder alles abwocken. Mein Ziel ist, mindestens zweiter Platz zu werden. Mein Ziel ist es zu überleben. Hä, hä. Äh, schlecht. Ja, Handfeuer-Kanone gegen, was weiß ich, ne? Das ist sehr fair. Wow. Ich hab deine Lieblingswerfer. Rocket Launcher? Ja. Und übrigens hat sich jemand getötet. Nasriberion. Schön, von hinten, die Sau. Von hinten. Ja, richtig. Von hinten, die kleine Dreck-Sau. No, 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 no. Jump-Boots. Watt, du hast die Jump-Boots. Wer sagt, ich mag den Hack-Kanon der Falsche. Du ziehst damit auch immer auf die Person. Wie wir meine Flag kennen oder... Wofür ist da dieser Knopf hier? Was? Radiation? Die kleine Marde, komm her, komm. Oh, Reparion, hab ich die von hinten genommen. Oh, Headshot getrückt. Ja, Double Kill. Ja, du bist voll reingerannt in meinen Schuss. Ich bin einfach aus Reflex. Oh, das war Reparion. Das ist gemein, aber ich hab grad abgedrückt. Hey, du hattest meine Knarre, danke. Kein Problem, mach ich doch immer wieder gerne. Oh, Radiation Warning. Das ist dieser Ventilator, der in der Mitte ist. Der wird dann radioaktiv und dann kannst du da nicht... Oh, schon wieder Reparion, man. Das ist die große, bunte Bahnisch und wir sind alle mit dabei. Hast du die Metallicons gekocht? Wir sind Spaß und geben, gib die Bühne frei. Nö, eigentlich nicht, aber... Mit zwei sich streiten, freut sich der dritte. So, hast du jetzt davon. Komm runter, du Sau. Wow. Oh, Feigling. Hä? Was mach ich dann hier? So. Hm, okay. Ich treffe immer daneben. Radiation Warning. Hilfe. Was gibt's hier? Oh, hier gibt's Rüstung. Hier gibt's Rüstung. Wo? Das ist ein Geheimversteck, sag ich dir nicht. Jetzt. Ups. Ja, wir sind immer noch zu langsam. Das ist uns aber auch bewusst. Ne? Fartig ist an deinem Killing Spree. Fuck. Ja. Jetzt geht's hier los. Und ich bin tot. Nein. Spaß. Aber wahrscheinlich gleich. Corti, wo bist du? Nein, ich hatte gerade Double Kill. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Was? Ernsthaft? Ja. Alter, dann bist du jetzt mein absoluter Lieblingsfeind. Komm schon wieder. Bin ich das nicht immer? Flecken, 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 ja wohl. Hier irgendwo geht's ab. Ich höre Schüsse ohne Ende, aber ich seh keinen. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Da haben wir noch mehr. Double Kill, Multi-Kill. Blue Penner. Ha, Multi-Kill. Was? Das ist ja kein Scheiß. Doch, das war gerade Multi-Kill. Kommt. Eiskalt der Multi-Kill. Eiskalt bin ich immer noch Erster. Echt, das gibt's doch nicht, ey. Nein. Jetzt bin ich Zweiter. Jetzt hast du wahrscheinlich die Führung, wenn er noch ein Dreck sagt. Komm her. Komm her. Wo ist der Droh? Wo ist der Droh? Droh, 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 droh. Jetzt ist ich echt mit Mending, wenn ich auch eine Killing-Spree bin. Fuck. Ups. Voll in deine Rakete reingerannt. Du bist mir auch gerade voll in die Rakete gerannt, ne? Ich hab nur so gesehen. Oh, scheiße. Das war echt gerade so der Gedanke so. Berserk. Weißt du nicht, was es bringt, aber ich hab's. Okay, es bringt nichts. Doch. Doppelter Schaden. Aber du bist trotzdem nicht gestorben. Ja, ich hatte eine Rüstung an. Ach, verdammt. Was denkst du denn? Guck her, Nocti. Du hast gute Laune, kann das sein? Ach, Quatsch. Okay, doch nicht. Uah. Wie ich einfach mal quer durch den Raum hüppe hier. Bei keinem Treff, das ist so scheiße. Shredderd. Ja, Shredder mag ich eigentlich bei den Turtles, ja. Die Nenschnitten hinter Turtles, die... Äh, ja, was? Ja, das ist das alte Ding. Ich find das neue, muss ich ehrlich gesagt... ...sagen nach... ...längerem Hin und Her. Ich boykottiere die neue Serie. Warum? Die ist cool. Warum? Die... 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 Also ich muss ganz ehrlich sagen, die gefällt mir sogar teilweise besser als manchmal die alten. Ja, ich weiß, Blasphemie, aber egal. Blasphemie, Töte die, Hände, was auch immer. Alter. Jetzt, jetzt geh ich aber ab, ey. Jetzt geh ich ab. Boah, ganz streng HP, ey. Nein! Wo kommt der dann her? Der, die, das... Ach, verdammt! Ich will mal ne Flecke, wie willst du mir denn, kannst du die Flecke kennen? Ha! Gibt's nicht. Doch. Gibt's wohl. Bei Roller. Und auch günstig. Tschüss, Nocti. So, Rüstung. Nein, wechsel mir doch nicht als automatisch die Waffe, du scheiß Ding. Hi, Corti. Verdammt! So, Double Damage. Verdammt, ich bin abgewutscht. Ich bin dritter. So, schon lang kann ich mir töten. Das gefällt mir gar nicht. Toi, jetzt hab ich so viel Double Damage und dann ist ja niemand. Aha. Hoffentlich komm ich jetzt nicht in deine Nähe. Bullshit! Ich hab als noch Ausgewohnheit Shift gedrückt. Ich sollte das mal lassen. Danke für den Kill übrigens. Echt jetzt? Lass mich hier runter gehen vor. Ich wusste doch gar nicht, was ich hier drin ist. Fuck! Aha. Und dann auch noch von ihm, ne? So, das ist dann gleich schon die erste Runde wieder vorbei, Leute. Ich werd doch wohl jetzt auf die Schnelle drauf hin töten. Nein! Yeah! Woo! Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder zu Unreal Tournament. Und ich sag, ich bin euer Traum. Nein! Tschüss, tschüss! Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss!